Tottenham 2008 WELCOME TO THE WORLD OF NUMBER ONE AND THIS IS THE NEW 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 NUMBER ONE Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, und Gibbon mit der Antwort. Rooney, Gibbon wieder ein Spiel. Wunderbar, Gibbon. Wir sind sehr gute Freunde, schon seitdem er in den Club gekommen ist. Als ich hier war, spielte er sehr gut und ich war glücklich genug zur ersten Mannschaft zu stoßen und wir waren von Beginn an Freunde und wir unterstützen uns gegenseitig, egal wer im Tor steht. Dank einer Verletzung des Iren kam Harper zu seiner längsten Einsatzzeit vergangene Saison. Er spielte die letzten 13 Spiele. Nicht jedem Magpie fiel es auf, aber es war kaum ein Unterschied zwischen beiden erkennbar. Die Jungs haben uns die Zwillinge genannt, aber wenn du ganz genau hinschaust, siehst du schon einen Unterschied. Ich sage immer, ich sehe besser aus als er, aber das sieht er nicht so aus. Ich sage immer, ich sehe besser aus. Vielen Dank.